Scheiße, ich bin ja schon da. Ähm, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen D-D-D-D-D-D-Demo. Ähm, ich konnte jetzt gar nicht so viel einstellen, tatsächlich, im Menü. Ich hoffe mal, das ist so okay und erträglich mit der Qualität gerade. Ähm, ja, ursprünglich wollte ich heute was anderes aufnehmen. Lustige Geschichte, die ich jetzt aber nicht erzähle. Ähm, Release hat sich mal eben aufgelöst. um, was weiß ich, eine Million Jahre verschoben. Wir spielen Emily Wants to Play 2, weil die Community so oft danach gefragt hat und ich euch nur ein wenig hasse, weil ihr mich hasst offensichtlich. Und, ähm, ja. Weiß ich nicht. Wie war das denn nochmal? Das ist doch hier im Fall jetzt ein völlig anderer... Was sind das denn für komische Bilder hier? Ähm, ich hab ja so eine... Ich hab mich angesammert. Ich hab ja... Es fängt schon da gut an. Äh, so eine Geschichte hier mit dem Spiel, ne? Das ist ja... Achso, wir sollten nicht gehen. Wir sind also diesmal niemand, der eine Pizza bringt. Okay, wir fangen einfach mal an zu spielen. Emily Wants to Play war ein wunderschönes Spiel. Und das ist ein wunderschöner Schatten, den ich aber scheiße bin. Warum ist hier so ein Schatten? Wie hängen sich denn so komische Bilder bei sich in der Wohnung, ey? Ah. Okay, ich versteh... Oder? Ist es das? Ist es die Küche? Nein, das ist alles anders. Hey, hallo. Äh. Äh. Warte mal. Oh Gott. Puh. Das war ja schon mal ganz toll. Kann ich den Kühlschrank aufmachen? Nein. Kann ich... Eine Flashlight brauche ich. Okay, warte mal. Das machen wir mal eben. Wer wohnt denn hier so? Das ist... Ich glaube, das ist das Haus von den Grey Greys. Es würde eben Sinn machen. Okay, alles klar. Was war das? Pizza. Ähm. Es ist gerade super ungewohnt mit der Mausempfindlichkeit und sowas alles. Die ist sehr langsam. Ich habe das immer gerne ein bisschen schneller, aber trotzdem gelig. Es muss wie gel sein. Nicht flüssig. Es muss wie gel sein. Warum habe ich das? Okay. Das ist also scharfe Soße. Das ist... Ja, ich sage Soße. Äh. Gut. Kann man machen. Eine Flashlight haben wir jetzt nicht hier. Okay. Wir müssen nach oben, um ins Bett zu gehen. Äh. Geht das denn einfach so? Ja. Okay. Das ist übrigens immer ganz gut in so Horrorsch wieder. Einfach mit dem Rücken zuerst. Wer hängt sich denn solche... Äh. Okay. Das war anscheinend jetzt gar nichts. Ja. Alles klar. Übrigens eine völlig neue Erfahrung. Ich nehme gerade am frühen Morgen auf. Mal meinen Biorhythmus. Ich weiß nicht. Ich habe dafür keine Worte. Ich bin aufgestanden. Nehme tatsächlich jetzt Horror auf. Es ist übrigens Halloween heute. Äh. I need to go to bed. Ja, jetzt stell dich doch mal nicht so an. Du brauchst eine Taschenlampe. Du hast einen Katana? Das ist ja geil. CK. Okay. Also von der Grafik her hat sich glaube ich auch schon wieder was getan. Wobei das bei solchen Spielen eigentlich scheißegal ist. Wirklich. Ich muss ins Bett. Ich laufe hier rum. Ist Chester schon da? Oder der Clown? Otto. Okay, warte. Äh. Also es ist nur eine Demo. Es soll aber bald rauskommen. Und hier ist das Bett. Dann lege ich mich jetzt rein. Ich kann hier mit Zoom. Ähm. Ich lege mich jetzt. Ah, mein Bett. Da sind wir wieder. Es ist deswegen übrigens auch gerade so hell. Wieso will Emily hier eigentlich mit mir spielen? Warte. Drei Uhr. Okay. Ja. Drei Uhr. Ich bin nervös bei einem Spiel. Ist das scheiße. Achso. Und jetzt brauchst du noch eine... Okay. Dann eine Dusche. Machen wir. Aber ganz kurz. Äh. Typ. Das ist ein bisschen dunkeler. Soll ich wieder die Rückentaktik machen? Oder soll ich den Funk machen und an der Wand entlang gehen? Oh. Insider. Warte. Hey. Das ist... Wie lebt der Typ denn? Oh Gott. Oh. War ein Hochauflichtschalter. Oh. Ich bin... Jumpscare-Spiele sind so... Okay. Abgesehen davon, wer hat denn bitte eine Spieluhr bei sich im... Warte. Ich hab... Das ist... Also Horrorspiele. Okay. Das Duster ist irgendwie ekelhaft, dass er ganz viel Seife nimmt. Das ist eine Info, die brauchen wir unbedingt. Warum macht das Spiel das? Das ist ja geil. Ja, schön. Ja. Toll. Also, die Spieluhr ist weg. Äh... 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 Oh. 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 Ah. Sieht man das? Man sieht es nicht, ne? Ah. Ich mag den Typen nicht. Ah. Oh. B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b. Äh. Oh Gott, ja. Ne, keine Ahnung. Wann ist die Demo vorbei? Oh Gott. Okay, warte. Ich muss mich hier reinsetzen, kann ich nicht. Ja, also wie auch wie immer in solchen Spielen spielen. Die war es natürlich lustig durch, damit wir Horrorspiele erleben können, ohne uns zu erschrecken. Also ihr. Hat ja nicht immer geklappt. Okay. Oh Gott. Ja. Oh nein. Okay, wenn ich schon Mama höre. Let her in. Ich lasse die ganz bestimmt nicht rein. Okay, warte. Wenn ich schon Mama höre, das ist doch die, wie hieß sie? Weiß nicht. Diese komische schwarz-weiße Bitch. Ich habe Angst, würde neben mir irgendjemand so einen extremen Stinker abdrücken. Nein. Können wir die Sachen aufhören, hier andauernd auszugehen? Nein. Was soll das? Oh Gott. Ich habe übrigens immer noch keine Flashlight. Das ist eine sehr kleine Uhr. No, where do I go? Where do I go? Ja, wo hast du sie denn? Was ist sie denn? Typ. I have more to do. Okay. Wir gucken mal ganz kurz eine Sache, ne? Äh. War das gerade auch schon aus? Let her in. Ja. Ich brauche doch meine, 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 äh, meine Autoschutz. Ach, da. Oder jetzt passiert bestimmt nichts, wenn ich die nehme. Jetzt, jetzt ist bestimmt alles gut. Das Licht bleibt an. Ich glaube... Ich glaube wirklich, das ist dein kleinstes Problem. Aber okay, dann wasch mal die Teller. Hä? Räu mal deine Wohnung auf. Du ekelhafter. Außerdem hast du die ganze Zeit irgendwelche Horrorgeräusche. Ja, nicht nur die Teller sind ein Albtraum-Typ. Nicht nur die Teller. Boah. Heilige Scheiße. Habe ich eigentlich die ganze Zeit... Ist wild? Ja, ne? Ich hoffe ja. Ja. Okay, I can leave for work now. Jetzt können wir zur Arbeit gehen. Gurken und Bananen. Ich weiß ja, ich weiß ja, ich weiß ja nicht, ich weiß ja gerade nicht, wer hier gruseliger ist. Emily? Oder der Typ hier? Oh, schön. Ähm. Ähm. Drei Uhr. Halt die Fresse! So. Ich... Oh Gott, ich... Oh Gott, ich... Oh! Okay. Wir haben auf jeden Fall neue Charaktere. Also neue... Was auch immer das immer ist da. Oh Gott. Okay. Ähm. Eine Taschenlampe. Voll geil, die nehme ich. Ja. Wow. Du bist aber schön. Ähm. Ich mag in Horrorspielen. In Horrorspielen finde ich es immer so seltsam, wenn der Charakter einfach nicht reagiert. Weißt du, was ich meine? Wenn er einfach nicht reagiert. Und ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Ich weiß nicht mehr, was wir genau machen müssen bei den einzelnen, äh... Gegnern? Keine Ahnung. Sandwich Delivery. Oh Gott. Okay, wir müssen also die ganze Zeit das gleiche machen. Und er sagt immer wieder, dass es zur Arbeit gehen muss. Also duschen. Teller sauber machen. Autoschlüssel. Was ist da? Und er sagt wieder genau das gleiche. Das ist so strange. Das war ja, wir mussten immer eine Nacht überleben. Und ich weiß nicht, ich habe immer wieder auf die Uhr geguckt. Immer wieder, dass es sechs Uhr ist, glaube ich. Sechs oder fünf. Und es wiederholt sich ja eigentlich immer, ne? Ist es wirklich immer wieder das gleiche? Wiederholt sich das gerade sowieso? Ist es gerade so, dass die Demos sich jetzt wiederholt? Oder wiederholt sich einfach die ganze Sache hier? Das verstehe ich gerade nicht. Tüste bis da, ne? Oh Gott, ey. Weil das Ding da habe ich ja gerade noch nicht im Schrank gesehen. Das komische Vieh. Oh. Chester! Oh fuck. Okay. Dann waschen wir mal das... Chester ist da. Oh scheiße. Ich habe so eine Gänsehaut. Warum hasst du mich so? Ich hasse, liebe das Spiel. Ich hasse, liebe das Spiel. Es ist halt... Ab und zu kann man mal wieder so ein Jumpscare-Ding spielen. Ich referiere eigentlich ja psychologischen Horror. Mit Story und Atmosphäre. Aber das kann man halt auch mal einwerfen. Kann man ja auch mal machen. Wieder... Chester ist noch da. Meine Autoschütze sind nicht da. Meine Autoschütze sind tatsächlich nicht da. Chester? Hä? Es ist noch nicht das volle Spiel. Oh. Wie war das nochmal? Ah! Oh. Wie war das nochmal? Ich weiß doch, dass ich voll lange dachte, das wäre Emily. Oh nein. Nein. Chester sitzt noch da. Und wir müssen jetzt die Schlüssel finden. Okay. Ah, ich verstehe. Anscheinend... Also es ist immer wieder der gleiche Ablauf. Aber wir müssen... Äh... Wir müssen die Sachen immer... Wobei die Dusche kann ja nicht verschwinden. Aber vielleicht dusche ich ja irgendwann mal hier drin. Ähm... Die Autoschütze sind jetzt ganz klar. Oh nein. Oh nein. Ich kann grad nicht in Worte fassen, wie die Gänsehaut einfach... Wie real diese Gänsehaut gerade ist. Ist schon ein bisschen ekelhaft. Ist ja auch schön. Ist ja auch schön. Fire Exit vor allem. Was? Wo wohnt der Typ? Okay. Ich geh hier raus. Nein, I shouldn't leave yet. Okay. Also. Autoschütze suchen. Ja. Was ist ja Autoschütze? Bei Chester musste man irgendwie wegrennen. Oder Licht ausmachen. Scheiße. Ich weiß es einfach nicht mehr. Das Spiel könnte mir aber auch irgendeinen Hinweis... Ähm... 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 Hallo? Let her in. Let her in, ne? Da standen immer... Die Hinweise standen immer auf der Tafel. Oh du. Okay. Okay, hau rein. Ich bin weg. Ich bin weg. Okay, I can leave for work now. Okay, alles klar. Tschüss. 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 Nein. 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 Oh fuck. Okay. Es ist sowieso die Tür jetzt. Ähm... Willst du mich verarschen? Okay. Okay, wir... Was war das? Okay, wir wissen ja Bescheid, ne? Okay, I can leave for work now. So, ist es fertig jetzt? Willst du mich verarschen? Fuck. Let her in. Ah! Was war das denn für ein Ding? Oh Gott, mach du! Äh! Äh... Boah, wie ekelhaft. Ich... Was ich nie kann. Was ich absolut niemals, ne? So gern ich auch esse. Ich kann nicht neben Essensresten einschlafen. Wenn wir, ähm... Wenn wir zum Beispiel abends irgendwie was essen und, äh... Fertig sind, dann räume ich... Dann muss ich einfach die Teller sofort wegräumen, weil falls ich auf... Ich kann so zum Beispiel nicht auf der Couch einnicken oder sowas. Kann ich nicht. Das ist auch... Es geht einfach nicht. Ich kann nicht mit... Mit... So gern ich auch esse. Mit Essensgeruch kann ich nicht einschlafen. Die Taschenlampe ist jetzt auch an der... Oh Gott, mach mich nicht fertig. Mach mich nicht fertig. Also. Ganz kurz. Hör die Fresse. Der Typ, ne? Ii, ist das eklig. Ähm... Der Typ, der lief so wie der Chester. Die war auf und zu. Ähm... Ich hab immer noch dieses... Let me... Äh... Let her in. Ich hab sonst keinen Hinweis. Ich glaub, bei der... Ich glaub, beim Clown war es so, dass ich mich umdrehen musste und durfte ihn nicht angucken. Bei irgendjemandem musste ich, äh... das Licht immer ausmachen. Scheiße. Ich weiß nicht mehr genau, wie... Und bei irgendjemandem musste ich stehen bleiben. Ich weiß einfach nicht... Auf jeden Fall nicht bei Chester. Ich weiß nicht mehr, wie das war. Chester hat gelacht und lief dann in meine Richtung. Das weiß ich nicht. Oh. Oh. Oh, der Typ, ne? Vor allem... Wieso ist das dieses beschissene Silent Hill? Da... Er wieder. Hä? Oder... Der war aber ein bisschen zu früh. Oh Gott, mein Geld. So, das ist doch real. Ich nehme das Katana. So. Wieso kann der nicht einfach das Katana nehmen und abhauen? Wieso braucht der immer seine beschissenen Schlüssel? Scheiß auf deine Schlüssel, Mann. Oh! Ja, da, 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 da. Ich habe meine Schlüssel. Jetzt geht's los. Jetzt gehe ich hier runter. Und alles wird gut. Der Tür in. Ist das quasi... Ist das jetzt quasi die Wiederholung von der Nacht davor? Und ich habe die verloren? Ich habe keinen Hinweis, was ich mit dem Typ machen muss. Ich kann halt wegrennen. Aber... Ich habe echt Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren. Allgemein, natürlich. Nein, ich habe echt Schwierigkeiten, mich in so Jumpscapingern zu konzentrieren. Aber ich habe dauernd irgendwas an jeder Ecke erwartet. Hold auf. Oh, ist das nicht wahr? Oh, ist das nicht wahr? Oh! 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 Oh mein Gott, das Hauptspiel wird richtig beschissen werden, ey. Oh! Also... Ich weiß nicht recht. Ich weiß nicht recht. An sich war ja jetzt gerade... Nimm mal die... Nimm die Scheiße. An sich war jetzt gerade... Nein, es ist nicht alles gleich. Es ist tatsächlich nicht gleich. Weil ich wollte gerade sagen, dass sich das ja jetzt... Ich wollte gerade sagen, dass sich das ja jetzt gar nicht mehr lohnt. Ähm, weil anscheinend spielen wir immer wieder die gleiche Nacht durch und es ist ja nur ein kleiner Einblick in der Demo, den ihr jetzt habt. Es ist reichend. Ne, tatsächlich wollte ich heute noch ein anderes Spiel unbedingt aufnehmen, das rausgekommen ist. Ich freue mich schon drauf. Aber wenn es jetzt wieder was anderes ist... Ich weiß nicht, was ich von den neuen... von den neuen Leuten da halten soll. Ich hätte gern ein bisschen mehr Background-Story, muss ich sagen. Schnauze. 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 Wo hast du denn deine Karkis? Schnauze. Da sind sie nicht. Schnauze. Oh. Da sind auch keine Karkis gewesen. Ich mache einige Lichter. Oh. Chester. Immer noch Chester. Keine Karkis. Wir können das hier noch machen. Boah. Boah. Also sollte ich jetzt nochmal sterben, ist die Demo aber erstmal... Das war halt wirklich ein kleiner Einblick, dann ist es erstmal okay. Ich habe mich gerade so scheiße erschrocken, ey. Boah. Also guten Morgen. Wie gesagt, ich nehme es gerade am frühen Morgen auf. Boah. Heilige Scheiße. So. Bei solchen Spielen, ne. Frage ich mich auch immer. Deswegen, ich frage euch jetzt mal. Ähm. Würde sich das nicht eher sogar für einen Stream lohnen? Somit auch mit Tipps aus dem Chat. Weil das ist ja offensichtlich etwas, wo man immer wieder die Nacht auch mal wiederholen muss. Wo man halt was falsch macht und dann in der nächsten Nacht das wieder richtig machen muss. Ähm. Ich glaube, Emily Wants to Play ist tatsächlich ein geeignetes Stream-Spiel. Aber es... Und das frage ich jetzt auf YouTube, weil ich weiß ja, dass dann natürlich viele sagen würden, ähm... Ja, ne, wir wollen das auf jeden Fall auf YouTube sehen. Oder, äh... Ja, hier spielst du im Stream und lad's dann anschließend auf YouTube hoch. Also, was... Was mach ich denn mit diesen Typen? Also, äh... Sag mir doch Bescheid. Auf Twitter oder hier in den Kommentaren. Das ist aber scheiße. Sag mir doch in die Kommentare. So. Okay. I can leave for work now. Yeah. I make that light on. So, mach mal hier. Nicht... Let's hear in. Fuck, was mach ich denn mit den Typen? Soll ich mal versuchen mit nem Rücken... Soll ich mit nem Rücken? Licht aus. Licht aus. Stimmt. Der Typ war... Licht an. Nee, ich muss... Warte mal. Der Typ war weg, als das Licht an war. Theoretisch. Gerade war's ein bisschen wieder verzögert. Okay. Ähm. Oh Gott. Okay. Okay. Äh. Ah! Okay, das war ein anderes Vieh. Das war ein anderes Vieh. Das war nicht er. Deswegen war ich jetzt kurz verwirrt. So, was soll ich denn bei der machen? Ist das echt ne Demo? Hier ist irgendwie immer wieder was anderes. Das ist ne ziemlich lange Demo. Schnauze. So. Nimm das! Ich drücke immer die falsche Maustaste. Ich bin eigentlich schuld. Schnauze. Duschen. Jetzt hat man so ein bisschen Routine drin. Jetzt geht's eigentlich. Wir spielen einen ganz komischen Menschen. Ich hab's eigentlich ausgemacht. Ich hab eigentlich die Spieluhr ausgemacht. Ich weiß nicht, ich würde mir lieber ein Radio da hinstellen. Ich mein, guck mal, der hat ein Auto. Der hat das Haus. Der hat offensichtlich genug Geld, um sich tausend Dosen zu kaufen. Theoretisch müsste der sich ja auch ein Radio leisten können. So. Ah, guck mal, das... Ah. Du kleine Kacksau. Ich kann das also auch mit einer Taschenlampe machen, indem ich dich anleuchte. Jetzt hab ich deinen Trick aber durchschaut. Aber Chester ist nicht da, kacke. Oh, ist jetzt nicht da. Mann! Ich bin so verunsichert. Ob das alles so richtig ist, was ich hier mache. Ich trau mich ja gar nicht, auf den Bildschirm zu gucken, weil halt jederzeit wieder ein Jumpscare kommen könnte. Ich weiß ja, wie viele Aufnahme-Sessions ich brauche für das wirklich relativ kurze Spiel. Es ist halt wirklich nicht lang gewesen. Aber ich hab irgendwie... Ich hab maximal... Also wirklich, mein Maximum war immer so zwei Folgen, glaube ich. Mehr hab ich nicht geschafft. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Mal den hier, so. It's not time to go yet. Dann suchen wir mal die beschissene Kack-Schlüssel. Die wahrscheinlich wieder oben sind. Gurken und Banane. Ich weiß ja nicht. Ich glaub, wir spielen jemanden, der schwanger ist. So, Mama am Arsch. Ich nehm die Schlüssel. Jupp. Nein! Ich hab gerade gesagt, Mama am Arsch. Ich bin nicht deine Scheiß-Mama. Dann gehen wir hier hin, dann gibt wieder das Licht aus. Okay, was mach ich bei der Trulla gerade? Die lag... Die lag in einem Schrank. Heißt das, ich muss mich hier in Schränke verstecken bei ihr? Das geht natürlich hier auch überhaupt gar nicht. Wegrennen? Macht gar keinen Sinn. Umdrehen? War ja nicht bei der Ollen. Und da klappt's nicht mit der Taschenlampe. Und das Licht war an. Und jetzt war... Jetzt hat man die Spieluhr noch gehört. Oh, mein Herz. Okay. Ähm... Ich würde sagen, ich beende die Demo aber wirklich mal an der Stelle. Es kann wirklich sein, dass ich... Pala. Ja, komm hier, den hier. Ähm, es kann sein, dass ich das vielleicht nochmal im Stream irgendwie spiele. Und wir das gemeinsam irgendwie nochmal versuchen. Eigentlich war das... Wirst du, was zur Hölle? So. Ich glaub, wir das gemeinsam nochmal versuchen. Aber... Also, wir wissen jetzt... Ja... Wir wissen... Ach komm, die Runde machen wir noch. Scheiße. Das machst du ja doch. Ähm, wir wissen auf jeden Fall jetzt, was auf uns zukommen wird. Und es wird echt nicht geil werden. Es wird echt nicht geil werden. Ähm... Ich hab gar keinen Drang, die Demo wirklich durchzuspielen, wenn ich ehrlich bin. Es reicht mir schon. Ein kurzer Einblick. Und, äh, ich freu mich schon gleich auf das andere Spiel, weil das wird ein bisschen weniger schön werden. Glaube ich. Es kommt noch ein großes, das ich heute aufnehmen werde. Und noch ein, so ein kleines. So wie jetzt gerade. Und ich weiß, dass ihr das immer mögt, wenn ich Demo spiele oder einfach so ganz kurze spiele. Weil dann haben wir auch so ein Mix halt auf dem Channel. Aber, äh, das jetzt gerade... Scheiße, ich glaub, das ist doch nicht so ungruselig. Oh Gott, jetzt hab ich den... Ah, Mann! Ihhh! Esst doch nicht hier direkt im Badezimmer. Ist auch voll ungeil. Was ist mit diesen Kerlen nur los? Schnauze! So, mach mal den hier. Also, Wegrennen hat nicht funktioniert. Das mit dem Licht hat nicht funktioniert. Er stand im Licht. Soll ich das... Das Licht ausmachen? Macht keinen Sinn. Da wer dieser Hinweis hat total... Also, ich kann halt entweder versuchen, jetzt das Licht auszumachen, wenn er da steht. Oder ich dreh mich mit dem Rücken zu ihm. Oh, ich hab keinen Hinweis. Das mit dem Rücken ist einfach gar kein Hinweis. Und wenn dieses komische Vieh da steht, das im Schrank war... Auf... Ich bin ja auch grad auf ihn zugegangen. Das war natürlich auch noch, äh, ganz interessant. Jep. Let her in. Das war jetzt ein ganz anderer! Wer war das? Ich könnte natürlich jetzt einfach mal im Internet nachgucken gehen, was man da machen muss. Hm. Ich bin sofort wieder da. Okay, da bin ich wieder. Vergesst, was ich gesagt hab. Ähm... Ja. Ich hab auf Escape gedrückt, weil ich eine kurze Pause machen wollte. Und da unten steht P für Pause. Da hab ich natürlich nicht drauf geachtet, dass ich das Spiel gestartet hab. Und jetzt, äh, muss ich wieder alles von vorne machen. Ähm, deswegen hoffe ich, dass es für euch okay ist, dass wir hier grad die Demo beenden. Eine Demo ist dazu da, wie gesagt, um sich einen Einblick im Spiel, äh, zu verschaffen. Und schreibt mir doch mal kurz, ob ihr das im Stream lieber sehen wollt. Und, und für diejenigen, die den Stream, also die sowas gar nicht gucken, ähm, ob ich das dann anschließend auf YouTube dann hochladen soll. Oder ob ich das YouTube-only machen soll. Äh, ich weiß selber noch nicht, wie ich da entscheide. Und deswegen bin ich da grad ein bisschen, äh, hin und her, ich bin da grad ein bisschen hin und her gerissen. Ich finde, es ist besser, das im Stream zu machen. Weil, da hab ich nämlich im Chat, äh, Leute, die dann auch so schreiben, hey, versuch doch mal das und das und das. Und, ähm, dann kommen wir gut voran. Da müsst ihr halt nicht immer dasselbe sehen. Äh, ansonsten würde ich es natürlich halt, wenn das so gar nicht erwünscht ist, äh, gucken, dass ich das nur für YouTube mache. Ähm, oder ich werde es trotzdem auf Twitch machen und ihr werdet mich alle hassen. Nein, ich hab keine Ahnung. Äh, schreibt es mir einfach in die Kommentare und ich hoffe, es ist okay, wenn wir jetzt an dieser Stelle aufhören. Und, äh, ihr wollt sicherlich, dass ich es spiele. Und wisst ihr was? Wir spielen es auch. Wir kriegen das auch durch. Wir haben jedes Horrorspiel durchgekriegt. Oder? Ja. Wir haben tatsächlich jedes Horrorspiel durchgekriegt und, äh, wir haben Eier. Ich hab meine heute verloren, aber regulär haben wir immer Eier. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge dann. Bye, bye!